Hallo, in diesem Video stellen wir die elektrischen Pizzateigausroller BTR30 und BTR40 von Beketal Lebensmitteltechnik vor. Mit den Teigausrollern von Beketal können Teigrohlinge schnell und einfach zu gleichmäßigen Teigfladen weiterverarbeitet werden. Die Geräte werden von Beketal Lebensmitteltechnik in mehreren Größen angeboten, sodass Rohlinge in unterschiedlichem Umfang gewalzt werden können. Der BTR30 ist für Teigfladen mit einem Maximaldurchmesser von ca. 34 cm und der BTR40 ist für Teigfladen mit einem Durchmesser von bis zu 42 cm geeignet. Sie arbeiten mit jeweils zwei Walzvorgängen, was zusätzliche Flexibilität ermöglicht. Das Gehäuse der Teigausrollmaschinen besteht aus Edelstahl. Damit ist es robust, lebensmittelsicher und leicht zu reinigen. Die Teigrollen sind aus stabilem Kunststoff gefertigt. Sie lassen sich mit den seitlichen Hebeln jeweils stufenlos verstellen und damit die Teiglinge in die gewünschte Stärke bringen. So können die Teiglinge je nach Wunsch in Teigstärken von ca. 0,7 bis 5,4 mm ausgerollt werden. Beim BTR30 ist die obere Rolle schräg angeordnet und der zusätzliche Teiggreifer sorgt dafür, dass der Teig auf dem Weg zur zweiten Rolle eine Vierteldrehung macht und so für schöne, runde Fladen sorgt. Beim BTR40 sind die beiden Rollen gerade und parallel zueinander angeordnet, was zusätzlich weitere Möglichkeiten, beispielsweise auch für das Ausrollen von Teig, für rechteckige Bleche bietet. Die Beketal Teigausroller wurden speziell für den Einsatz in Gastronomie, Imbiss- oder Verkaufswagen entwickelt und ermöglichen dort effizientes und einfaches Arbeiten. Die Beketal Teigausroller wurden speziell für den Einsatz in Gastronomie, Imbiss- oder Verkaufswagen entwickelt